Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du dich auf die Abiturprüfungen richtig vorbereitest. Willkommen zurück Abiturdäten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und damit wir diesen Traumabiturschnitt erreichen, musst du natürlich genau wissen, wie du dich richtig vorzubereiten hast. Aktuell kommen ja sehr viele Videos dazu, wie du den Zeitplan richtig machst, Lernplan machst, sonstige Sachen machst. Und hier geht es jetzt darum, wie du wirklich ganz, ganz genau dich exakt richtig vorbereitest. Wenn dir das Ganze hilft, wenn du Abitur 2019 schreibst, abonniere unbedingt diesen Kanal, weil hier bekommst du all die Sachen konkret aus allerbester Hand. Ich habe selbst 1,0 in den Abiturprüfungen geschrieben, ich weiß genau, wie es geht. Ich habe in 2018 10.000 YouTube-Kommentare und Instagram-Nachrichten beantwortet zum Thema Abitur. Allerdings auf diesem YouTube-Kanal gibt es bald 2.000 Tipps zu jeder erdenklichen Fragestellung in Bezug auf Oberstufe und Abitur. Das heißt, wenn du Abitur schreibst und es gut machen willst, dann ist hier genau die richtige Anlaufstelle für dich. Deswegen abonniere den Kanal, komm vielleicht sogar in unser Coaching, wenn du es möchtest. Schick dir das Video an deine Freunde, einfach damit die Bescheid wissen, damit die am Start sind. Und jetzt kriegst du genau die 5 Tipps, die du jetzt an dieser Stelle brauchst. Erstens, deine Verbesserung klar definieren. Das ist nämlich eine Sache, die macht einfach niemand. Das macht einfach niemand, aber das ist ein total elementarer Schritt. Und zwar, schau dir mal an, bevor du einfach wieder blind anfängst loszulernen, schau dir an, in welchem Abifach willst du dich denn wie konkret verbessern. Ja, zum Beispiel, wenn du jemand bist, der in Geschichte sich immer gut tut, äh, super leicht tut, ja, der einfach das Gefühl hat, ich kann in Geschichte eh alles, ich schaue mir das jetzt auch in meiner Freizeit an und so weiter und du bist eh super in Geschichte und schreibst sowieso automatisch 13 Punkte, dann macht es nicht mehr so viel Sinn, dass du dich, ähm, so extrem auf Geschichte vorbereitest. Du würdest dich vielleicht gerne auf Geschichte sehr gut vorbereiten, weil es dir viel Spaß macht, aber wenn es darum geht, deinen Traumabiturschnitt zu erreichen, dann macht es nicht mehr so viel aus, ob du jetzt 13 oder 14 Punkte schreibst, ja. Klar, wenn du jetzt irgendwie 1,0 haben willst, dann musst du natürlich jeden einzelnen Punkt rausholen. Aber wenn dir auch schon so 1,5 oder 1,9 oder was auch immer reicht, dann, ähm, schau wirklich auch dir die Fächer an, wo du noch richtig viel verbessern kannst. Also wenn du zum Beispiel in, in Bio bisher einfach nicht so gute Noten geschrieben hast, ja, du hast gemerkt, du hast 6, 7 Punkte, 9 Punkte oder 11 Punkte, was auch immer, was für dich nicht so gut bedeutet, ähm, dann, und du, dann hast du auch auf dieses Fach keinen Bock. Ja, aber du bist in dem Fach nicht gut, also hast du keinen Bock. Das ist eigentlich in der Regel immer so. Nur für deine Note lohnt es sich viel mehr, dann auch wirklich Zeit in Bio zu stecken. Ich meine, gerade Bio kannst du dir immer noch aneignen, ja, also super viel auswendig lernen. Und da musst du halt dir dann überlegen, okay, in welchen Fächern kann ich mich wie konkret verbessern. Das ist ein Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, dass du sagst, okay, Geschichte, kann ich eigentlich wie viel machen, ich schaue mir das ja noch ein paar Mal an, aber da habe ich jetzt eh drauf, dass du im Bio da kriegst, ey, da muss ich ja wirklich fast noch alles aufholen, ähm, und dass du das dann halt auch wirklich machst. Zweitens, klare Fokuszeiten setzen. Das ist so wichtig. Im ersten Punkt natürlich nicht ans Handy gehen, das ist entscheidend, da eben, wie immer schon gesagt, die Blog-Apps verwenden. Dann aber auch unbedingt das wirklich für dich selbst auch als Fokuszeit nehmen. Also wirklich auch vom Kopf wissen, hey, in dieser Zeit lerne ich, in dieser Zeit lerne ich. Da gucke ich nicht an der Decke rum, da lese ich nicht irgendwelche anderen Sachen, die noch auf meinem Schreibtisch sind, ähm, durch, da beantworte ich nicht irgendwelche anderen Sachen. Ähm, und auch deinen Eltern und deinen Geschwistern sagen, da habe ich Fokuszeit. Mach das wirklich für deine Abiturbevorbereitung. Klatsch dir da irgendwie, ähm, die nach vier platt vor die Tür und sagst, hey, von den Uhrzeiten, von da bis da kommt einfach niemand in mein Zimmer. Ähm, und wenn da Leute trotzdem reinkommen, dann ignorierst du sie halt. Ja, also du musst halt wirklich da, ähm, auch gern radikal einfach deine, deine, ähm, Zeiten festlegen und die auch wirklich dir selbst und anderen gegenüber einhalten, damit du da halt auch wirklich, ähm, fokussiert lernst. Weil wenn du nicht diesen Fokus hast, dann wirst du es nicht schaffen, die ganze Stoffmenge in der verfügbaren Zeit auch wirklich hier oben reinzubekommen. Drittens, Konzentrationslevel sichern. Und zwar damit meine ich insbesondere dann, bevor so eine Fokuszeit von dir beginnt. Weil, wenn du solche Fokuszeiten setzt, ja, und du dir unbedingt auch irgendwie halt Lernzeiten hast und da, wo du gerade deine Lernsession machst und wo du halt, ähm, die du das ganze halt machen möchtest, dann kann es in der Abiturvorbereitung, dadurch, dass man halt viel lernen muss, schnell sein, dass man denkt, okay, in der, in der Fokuszeit, in meinen Lernsessions, da lerne ich auch wirklich, aber die andere Zeit kann ich dann machen, was ich will. Und das darfst du gewissermaßen auch nur unmittelbar, die Zeit, bevor so eine, ähm, Lernsession beginnt, ist extrem heikel. Denn da solltest du einige Dinge beachten, die du auf gar keinen Fall tun sollst. Das ist zum Beispiel an deinem Handy sein. Warum? Wenn du gerade durch Instagram für eine halbe Stunde gesquallt hast und die ganze Zeit, ähm, dein, deinem Kopf Dopamin fütterst und dann auf einmal sagst, ha, jetzt fokussiere ich mich, das funktioniert nicht, weil dein Körper will mehr von diesem Dopamin, ja. Und wenn du ihn dann auf einmal wegnimmst, kannst du dich einfach beim Lernen nicht richtig konzentrieren. Das Gleiche gilt auch für Essen. Natürlich solltest du Mittagessen. Das ist natürlich super wichtig. Aber ess nicht so übermäßig viel. Weil wenn du so übermäßig viel isst, dann kannst du dich auch nicht richtig konzentrieren. Dein ganzer Körper, dein ganzes System ist eigentlich noch damit beschäftigt, ähm, zu verdauen, anstatt sich zu konzentrieren. Ähm, auch irgendwelche emotionalen Themen, wenn du gerade mit irgendeiner Person schreibst, wo es einfach, ähm, super wichtig für dich ist, was sie antwortet, ähm, dann guck nicht auf diesen verdammten Chat unmittelbar, bevor du lernen möchtest. Weil das wird es dir einfach wieder verkacken, weil du dann beim Lernen, ähm, erstens denkst, okay, was meint er damit, was meinen sie damit, ähm, was könnte ich jetzt antworten und lauter solche Sachen. Ähm, deswegen das bitte auch unbedingt vermeiden. Okay, dann viertens, Pausen einplanen. In der Abiturvorbereitung sind alle immer nur so stark fokussiert auf Lernen, lern, 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 lern. Und natürlich solltest du einiges lernen, aber es ist mindestens genauso wichtig, ähm, auch Pausen zu machen. Und diese Pause nicht nur zu machen, wie ich auch schon in anderen Videos gesagt habe, sondern diese wirklich auch einzuplanen. Also ganz klar zu sagen, wann machst du mal eine Pause. Zum Beispiel, dass du sagst, wenn du so abends dich eh nicht so gescheit konzentrieren kannst, sag doch einfach mal, ab 19 Uhr lerne ich nicht mehr. Und da mache ich Me-Time, was auch immer. Treffen mit Freunden oder sonst was. Das kannst du dir auch in der Abiturphase gönnen. Das Wichtige ist halt nur, dass du die Zeiten, die du davor halt als Fokuszeiten hast, sie doch wirklich fokussiert nutzt und die richtigen Lernstrategien verwendest. Und dann geht es auch easy klar, dass du abends Freizeit hast. Deswegen ja auch unser Coaching, wo ich halt sage, Leute, ihr könnt auch dann 1.0 in Abiturprüfungen schreiben, wenn du, ohne dass du dir Druck machst, ohne dass du Stress machst, ohne dass du Angst hast und auch mit Freizeit. Ich habe ein Viertel der Vorbereitungszeit von meinen Mitschülern gehabt und hatte trotzdem halt das beste Abi, was glaube ich in meinem Jahrgang geschrieben wurde. Ist halt so. Ist halt so. Du musst halt nur die Zeiten, die du halt zum Lernen nimmst, halt auch wirklich nutzen und du musst halt auch wissen, wie es halt strategisch funktioniert. Und dann klappt es auch. Fünftens, abends den Tag reflektieren. Macht auch kein Mensch. Macht kein Mensch. Macht kein Mensch. Macht trotzdem einen Riesenunterschied aus. Und zwar nicht nur abends irgendwie drei Dinge, für die ich dankbar bin oder irgendwie so ein Journal oder so. Das meine ich gar nicht. Sondern du sollst wirklich den Tag speziell bezogen auf deine Abiturvorbereitung reflektieren. Also dass du dir wirklich überlegst, was lief heute gut? Was lief heute gut, was mich näher dahin gebracht hat, dass ich mein Traumabiturschnitt erreiche? Und was waren Dinge, die passiert sind, die mich davon abgehalten haben? Und dann, wie kann ich diese Dinge eliminieren? Okay, das sind die drei Fragen. Was lief gut, was lief schlecht und wie kann ich die Sachen, die schlecht liefen, besser machen? Und ich verspreche es dir, wenn du das jeden Tag machst, das ist so eine kleine Corona, wenn du das jeden Tag machst, deine Abiturvorbereitung wird durch die Decke gehen, weil es gibt so viele Dinge, von denen du dir nicht bewusst bist. Ja, da bist du dir einfach nicht bewusst, dass du sie falsch machst. Und du musst dir einfach nur die richtigen Fragen stellen. Das merke ich auch im Coaching das Ganze wieder. Ich stelle den Leuten einfach die richtigen Fragen. Und deswegen haben die so geile Ergebnisse. Das ist es. Es ist also nicht mal so, dass ich im Coaching noch mehr Dinge erzähle. Natürlich das auch. Natürlich können wir da tiefer in die Materie reingehen. Natürlich können wir noch mehr Insights auch rausholen. Aber was im Coaching mit das Wichtigste ist, ist, dass ich den Leuten die richtigen Fragen stelle. Und du kannst dir auch selbst die richtigen Fragen stellen. Nur leider funktioniert es nicht so. Ganz hundertprozentig. Das mit dem Reflektieren macht das auf jeden Fall. Das bringt dir schon richtig viel. Wenn du aber wirklich die volle Ladung haben willst, wirklich sofort alles richtig machen willst und auch wirklich die Fragen von mir gestellt bekommen möchtest, wo ich einfach weiß, daran scheitert es. Daran scheitert es einfach bei den meisten. Und ich habe das einfach mittlerweile so stark im Gespräch. Ich mache seit einem Jahr, seit ein, zwei Jahren nichts anderes mehr, als mich mit Abiturienten zu beschäftigen. Deswegen, ich weiß ganz genau, woran es hakt. Wenn du das haben möchtest, bewerb dich einfach für unser Trauma-Abitur-Coaching. Erster Link in der YouTube-Beschreibung. Und ansonsten, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.